Aber wenn ich etwas sage, schreib es so, wie ich dir sage, ok? Das ist der neue Nautovic. Jedes ist immer das gleiche. Das brauchst du jetzt nicht schreiben. Die letzten Jahre hatte ich auch kein Angebot aus Deutschland. Ich denke, die Deutschen wollen mich gar nicht mehr. Nach einem 5-Jahres-Vertrag bin ich auch schon 33. Da glaube ich nicht mehr, dass mir irgendein Deutscher voran nimmt. Hast du Schmerzen? Der Trainer heißt Nuri. Der macht einen richtig guten Job. Ist eigentlich Pizza noch da? Keinen Vertrag mehr bekommen. Ich würde Pizza immer im Vertrag geben. Das ist für mich eine der größten Legenden, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Aber mit 38, da tue ich mir schon richtig schwer. Dann stelle ich mich als Verteidiger auf nichts mehr im Sturm. Auch wieder dich zu sehen, das ist auch wieder eine Ehre. Ja, bekloppt ist es nicht. Also, gegessen wird zu Hause, weil meine Frau kocht super. Kocht natürlich auch Deutsch, weil sie Deutsch ist. Man weiß, heutzutage sind die Preise der Spieler und die Zahlen der Spieler unmenschlich. Wie ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht. Ja, ich bin nicht günstig. Du wolltest mir auch noch was sagen, glaube ich. Ah, natürlich. Ja? Perfekt. Danke. Mexikaner, danke. Danke.